Du bist schön. Ähm, hallo, ja. Ich möchte ein Bier. Was machst du da? Ja, aber ich kann Deutsch sprechen. Das ist schwer zu prätenden. Ach, ich war fertig. Was ist das? Immer Steg, Herr Bolsch. Immer, wie hieß es? Achtung, Kartoffeln. Das ist ein Steg. Überall, wie viel Kult? 8.8. Ja, es sind gar nicht Kartoffeln. Das ist ein Teil zu erkannt. Ich bin so klar, das ist mein Deutsch. Meine fachen Rachen sehen auf und sehen auf und gehen super Rachen, ey. Sachen fachen sehen. Du kannst. Du kannst. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher.